Hallo, ich bin jetzt im Burgtheater. Wie man sieht, im Hintergrund wird schon meine Dokumentation abgespielt. Und eben, wie gesagt, morgen am 25.06. von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr am Nachmittag könnt ihr ins Burgtheater kommen und verschiedene Kunstwerke von vielen Leuten aus dem 21. und dem 22.00 Uhr unter anderem von mir hier im Burgtheater sehen. Wenn ihr dann da seid, ihr könnt auch mit mir reden, über die Dokumentation, über das Leben von Herr Kohls Eisen. Und ich habe ja nicht nur bei dieser Dokumentation mitgearbeitet, zwei Etagen höher gibt es noch andere Produktionen von mir. Und natürlich noch eine wirklich tolle Sache, es gibt sogar eine Produktion von mir. Auf der Hauptbühne wird es sie ganz groß zu sehen geben. Also da habe ich mich wirklich gefreut, dass das funktioniert hat, dass man sie dann auf der Hauptbühne sehen kann.